Also ich bin am kreativsten, weil es eigentlich schon zu spät ist. Dadurch erreiche ich zwei Dinge. Erstens habe ich dann schon alles durchdenken können und zweitens werden die Projekte dadurch auf das Wesentliche reduziert. Also besonders stolz bin ich auf drei Arbeiten. Das ist das Magazin Tempo, das ist das Falco Cover Junge Römer und das ist das Documenta 10 Logo. Also ich arbeite ja in einer Branche, die immer komplexer wird und wo Gestaltung eigentlich jeder kann. Aber gerade deswegen ist es spannend, ständig im Wettbewerb zu stehen und sozusagen immer eine Lösung zu finden, die noch spannender ist. Also in 10, 15 Jahren denke ich, würde ich gern Gärtner sein und dem Pflanzen beim Wachsen zuschauen. Ich kann mir aber andererseits auch vorstellen, jungen Menschen dabei zu helfen, innovativ und kreativ zu sein. Also zwei Dinge sind mir als Jura besonders wichtig. Die Arbeiten müssen originell und sie müssen originär sein. Oder an das Coz. Mit der Coz. Mit der Coz. Mit der Coz. In der Coz. Witz und die König. Alles das ist. Mit der Coz.